Hey, Kinder! Was ist denn bei euch ja? Jünger, ihr wisst ja, ich hab gestern das Case Opening gemacht und ich würd sagen, es war schon nicht, äh, nicht... Warte mal, warte mal jetzt... Hasi! Hasi! Nein! Du kochst schon wieder? Ich hab dir 5 Mark gesagt, dass ich nicht koche, Fräulein! Das könnte ich wirklich... Also eins muss ich dir lassen, ist echt so lecker! What are you doing, Hazel?